Ja, auf jeden Fall, ich habe was dazu gesagt, ich finde das, ja, absolut peinlich. Ich habe es Hamid auch schon gesagt, wenn es irgendwie geht und wenn ich ihm irgendwo helfen kann, dann werde ich ihm helfen. Und ich würde den anderen Gegenüberliegenden, und das klingt voll toxisch, aber ich würde ihn das Leben zur Hölle machen. Und damit ist nicht gemeint, ich schicke ein paar große Jungs da zu ihm rüber. Nein, Bruder, ich lasse einfach genau das machen, was mich tagtäglich auch verletzt. Nämlich das Gesetz. Jeden Cent, den er verdient, falls er seine 25 Cent Pfandflaschen wegbringt, gehen diese 25 Cent an mich. Versteht ihr, was ich meine? Falls du gerade Geld bekommst und denkst, du kannst in Urlaub. Nein, Habibi, du zahlst mir meinen Urlaub noch von damals. Das lässt sich immer so leicht aus dem Stehgreif zu sagen, aber ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl. Selbst ich. Ich sage euch so, wie es ist. Gewalt ist keine Lösung. Ist keine Lösung. Und jeder kennt dieses Gefühl, wenn du aus Emotionen hinaus handelst. Checkt ihr, was ich meine? Ihr wisst selber, wenn ihr auf einmal emotional seid oder irgendwas passiert, wo dann so diese eine Schnur reißt, und probiert am Ende immer klaren Kopf zu behalten. Immer.